Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind wieder mal auf der Avenger. Ich habe eine kleine Veränderung vorgenommen, und zwar bei den Soldaten. Ich werde jetzt nach und nach ein paar bekannte Gesichter einführen. Und zwar habe ich hier einmal den Slash, den Gitarristen von Guns N' Roses eingeführt. Das ist der Gute. Er wird ein Sniper sein. Ich habe es einfach gemacht. Ich werde jetzt ein paar Charaktere einbringen, damit ich ein bisschen mehr leide hier in dem Projekt, falls doch einer mal ein bisschen mehr abbekommen sollte oder sogar sterben sollte, was ich nicht hoffe. Das ist einfach, damit es ein bisschen für mich ein bisschen persönlicher wird, mich ein bisschen mehr quält, ich ein bisschen ordentlicher spiele. Genau. Huch, jetzt backt das hier rum. Okay, das wollte ich noch euch zeigen. Jetzt haben wir den Slash, der ist leider verwundet. Und jetzt geht's auf die Weltkarte. Denn es ist wieder Zeit, ein bisschen zu scannen. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ist eine neue Aufnahmesession für mich. Aber ich werde jetzt einmal hier noch die Vorräte einsammeln. Das ignorieren wir einmal. Und dann sehe ich, haben wir nur noch einen Tag zur Kontaktherstellung. Das werden wir auf jeden Fall schon mal machen. Setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Die sind echt knapp, was Vorräte angeht. Das ist ein Problem. Neues Ziel hinzugefügt. Ja. Untersuche die Advent-Geheimeinrichtung, schließe den Advent-Geheimeinrichtungseinsatz ab. Okay. Ja. Ich habe unsere Ziele anhand der neuesten Erkenntnisse aktualisiert. Ja. Neue regionale Kontakte gefunden. So, jetzt darf ich auch endlich reden. Wir haben ein bisschen mehr einen Namen pro Monat bekommen. Und endlich Kontakt zu Ostafrika hergestellt. Wir könnten jetzt theoretisch die Geheimeinrichtung angreifen. Das werden wir natürlich aber noch nicht machen. So, und es könnte sein, dass jetzt einmal das Sound weg ist, weil ich einmal kurz raus haben muss. So, ich musste kurz was nachgucken. Jetzt geht's weiter. Ähm, wir können noch einen Kontakt herstellen. Ich werde auf jeden Fall erstmal zu Westafrika herstellen. Denn, wir sehen hier unten, füllt sich ein Balken auf, je mehr Kontakte man aufnimmt. Es fehlt nur noch einer für Afrika. Den werden wir natürlich jetzt auch gleich herstellen. Und dann gibt's Hammer und Boni freischalten. Deswegen gehe ich immer so ein bisschen kontinental vor. Und dann geht's einmal los. Einmal wieder Kontakt herstellen. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Und hier scannen wir. Wir sehen, dass gleich die Alien-Trümmer weggeräumt sind. Dann können wir hoffentlich bald das, ähm... Mir fällt der Name grad nicht ein. Wenn ich's sehe, fällt es mir bestimmt wieder ein. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ein neues Energierelais. Okay, es fehlen uns genau ein Vorrat. Das ist bitter. Das ist bitter. Okay, bis wir warten, räumen wir einfach das nächste frei. Und zwar... Direkt darunter einfach. Ah, da braucht man schon zwei. Schauen wir mal, ob wir noch einen Raum haben, wo nur einer gebraucht wird. Hier auch schon zwei. Okay, überall nur zwei. Dann ist es egal, wo wir frei räumen. Dann räumen wir erstmal die Mitte frei. 20 Tage ist schon echt ein gutes Stückchen. Aber okay, das sollte uns jetzt nicht abschrecken. Wir gehen wieder auf die Karte, scannen nochmal den Bereich, damit wir den Kontakt herstellen. Ja, momentan sind die Wartezeiten sehr, sehr lang. Äh, 20 Tage. Auch auf die Magnetwaffen müssen wir noch 13 Tage warten. Also dauert das alles grad ein bisschen. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie Einsätze, wo wir Infos oder Vorräte bekommen. Das sieht doch mal gut aus. Okay. Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Liege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Wir verfolgen hier den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn Sie beenden, was Sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Ja, jetzt haben wir die Anleitung ins Avatar-Projekt bekommen. Und zwar steht hier einmal, die Fertigstellung des Avatar-Projekts ist das ultimative Ziel der Aliens Commander. Wir müssen das Projekt aufhalten, bevor es zu spät ist. Die Position ist noch unbekannt. Und ja, das heißt, alle Ziele, die wir jetzt so im Laufe des Let's Plays bekommen, wie zum Beispiel die Sachen, die jetzt schon ein bisschen laufen, die Geheimeinrichtung angreifen, den Chip herstellen, also den Schädelstecker herstellen, das alles soll uns helfen, um die Quelle des Avatar-Projekts zu finden, damit wir dieses Projekt aufhalten können. Noch können wir nicht viel machen. Jetzt haben wir hier oben die Leiste Avatar-Projekt und düstere Ereignisse. Wenn dieser Balken hier voll ist, haben wir es nicht geschafft und wir sind gescheitert. Das möchte ich natürlich verhindern. Einige, die ihr das Spiel schon kennen, sehen, dass der Balken bei mir für den Schwierigkeitsgrad normal ziemlich lang ist. Das liegt an einer Mod, damit man einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Ich mag es nicht so sehr, unter Zeitdruck zu spielen. Da werde ich immer ein bisschen hektisch. Deswegen habe ich mir die Mod installiert. Das ist aber, also es greift nicht allzu sehr ein. Der ist jetzt nicht irgendwie doppelt so lang. Es sind nur, glaube ich, ein paar Balken hier. Auf jeden Fall habe ich die installiert, damit ich etwas entspannter spielen kann und nicht die ganze Zeit gehetzt bin. Wir werden jetzt weiter erstmal den Kontakt hier scannen und hoffen endlich mal auf den Einsatz. Wir wollen wieder ein bisschen mehr Action haben. Ich möchte zumindest ein bisschen mehr Action haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich mag Filmsequenzen in Games sehr gerne. Aber ab und zu möchte ich auch einfach nur Aliens erschießen. 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 So. Genau. Neuer Guerilla-Einsatz. Der kommt wie gerufen. Kommander, aufgrund der Vielzahl von Kontakten, die wir hergestellt haben, erhalten wir Unterstützungsanfragen von mehreren Orten auf der Welt. Leider reichen unsere Ressourcen nur aus, um einer dieser Anfragen nachzukommen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Genau. Ab jetzt läuft das so, dass bei den Guerilla-Einsätzen mehrere Ziele oder Zielorte zur Auswahl stehen. Das ist das Wort. Und da muss man sich entscheiden. Und ich bin ein absoluter Entscheidungslegastheniker. Aber gut. Wir haben einmal in Südafrika. Da sollen wir das Alien-Relais zerstören. Wir kriegen einen Wissenschaftler. Schwierigkeitsgrad ist leicht. Und es wird verhindert, dass ein Informant die Zeit zum nächsten Vergeltungsschlag reduziert. Dann haben wir nochmal in Ostafrika. Kriegen wir einen Ingenieur. Da sollen wir halt ein Edwin-Fahrzeug hacken. Und die Edwins würden keine Panzerung oder zusätzliche Rüstung erhalten. Mir ist ehrlich gesagt gerade der Ingenieur sehr wichtig als Belohnung. Beide sind leicht. Und beide düstere Ereignisse finde ich jetzt nicht so extrem schlimm. Wobei ich es schlimmer finde, wenn die Edwins noch mehr Rüstung haben. Deswegen nehmen wir einfach diesen Einsatz. Da stimmt eigentlich alles von den Voraussetzungen. Und dann nehmen wir den einfach mal. Setze Kurs auf Sektor 12. Ostafrika. Ja. Den nehmen wir mit. Den guten Slash nehmen wir mal mit. Jetzt ist er da. Jetzt können wir ihn noch einmal mitnehmen. Dann entfernen wir diese nochmal. Und dann schauen wir mal, wer sich noch so alles anbietet. Max ist noch sehr verwundet. Steve ist verwundet. Dann nehmen wir mal Solka mit. Als Ranger haben wir noch ein Grenadier. Ja. Die Johanna nehmen wir mit. Guckt aber missmutig. So. Wir haben Ranger, Grenadier und Scharschütze. Dann nehmen wir noch den Cesar als Spezi mit. Der bekommt das Nano Medikit. Ich weiß nur, dass ich ihn für eine Frau gehalten habe. Das tut mir immer noch im Nachhinein sehr leid. Solka behält die Weste an. Wobei, was haben wir denn noch so alles? Er kriegt jetzt auf jeden Fall Ausrüstung. Und zwar kriegt er die Äxte. Ich lasse mal die Nanoschuppenweste auf ihm. Solka hat nämlich leider das Talent immer angegriffen zu werden. In all meinen Kampagnen. So. Dann kriegt der Sniper einmal... Ach, die Frostbaume nehmen wir mal mit. Und... Den Schattenhüter. Ein garantierter Treffer... Schon gut als Eigenschaft. Ich würde mal sagen... Ach, Solkas Waffe ist noch nicht richtig. Müssen wir die Waffenfarbe noch mal schnell ändern. Sieht ja sonst nicht aus. So. Dann starten wir einmal den Einsatz. Und hoffen... Auf gutes Gelingen. Jetzt habe ich natürlich meinen Notizzettel nicht neben mir. So. Ich bin ein bisschen unvorbereitet, weil ich spontan beschlossen habe aufzunehmen. Nur damit ich nicht lernen muss. Ich glaube, das kennt jeder. Auf einmal sind alle anderen Sachen wichtiger als das Lernen. Oder auch spannender. Sogar der Abwasch. Und ich hasse Abwaschen. Es gibt nichts Schlimmeres als Abwaschen. So. Spiel machen. So. 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 Das braucht heute aber echt lange. So. Operation Hungernder Donner. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass die Aliens Datenarchive mit Advent Transportfahrzeugen durch dieses Gebiet bringen. Das ist die Gelegenheit, um wichtige Informationen zum neuesten Alien-Projekt zu bekommen und unsere einzige Chance, sie aufzuhalten. Sichern Sie das Gebiet, schalten Sie alle Feinde aus und bergen Sie die Daten. Ja. Central hat natürlich wieder dazwischengequatscht. Aber das kennen wir ja schon. Kunten. Ja, die Operationsnamen sind manchmal sehr seltsam. Sterben danach hat ja noch gepasst. Aber Hungernder Donner? Egal. Ja, wir sollen hacken. Aber ich weiß gar nicht, welchen, welchen Spezialist ich gerade mitgenommen hab. Der, der schon das Hecken verstärkt hat, wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne, habe ich das daran wieder nicht gedacht. Aber gut. Beim nächsten Mal denke ich hoffentlich dran. Natürlich sollen wir wieder alle feindlichen Ziele neutralisieren. Aber das kennen wir ja auch schon. Und ich hoffe, wir können gleich jetzt endlich diesen Einsatz starten. Ich möchte doch endlich schießen. Ich bin heute ein bisschen schießwütig. So, es geht los. Aha. Wir haben eben gerade schon gesehen, wo zwei Gruppen stehen. Hier, also hier und hier. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel heute los ist. Es leckt extrem. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Gucke ich gleich mal, wenn ich die Aufnahme beende. Vielleicht ist das Spiel auch nicht so gut drauf. Das kann ja natürlich auch mal sein. So, meinen Sniper möchte ich gerne natürlich oben platzieren. Mach ich jetzt auch einfach. Oh, da war ein Geschütz. Ich glaube, hier steht ein Geschütz. Dann wird der gute Solka sich da hinstellen. Begebe mich zum Ziel. Sehen wir es? Ja. Halten Sie sich von den Geschützen fern. Wir wissen immer noch nicht, ob sie vollautomatisiert sind oder aus der Ferne ausgelöst werden. Ach ja, Solka ist unser Phantom Ranger. Ja, ich werde mal versuchen, ihn als Phantom Ranger zu spielen. Ich bin darin aber sehr, sehr schlecht. So, mein Spez... Warum gibt eine Mülltonne volle Deckung? Muss man nicht verstehen, oder? Ach so, das Geschütz kann sich ja Gott sei Dank nicht bewegen. Stell ich ihn mal hier hin. So, Solka würde da aufgedeckt werden. Ich gehe erstmal mit ihr. Dahin. Und Solka stellt sich mal hier in die volle Deckung des Kaktus. So. Als nächstes möchte ich Slash wieder... Da ist das... Hm. Also, so, wenn wir wissen, dass hier Gruppen sind, macht es keinen Sinn, wenn ich ihn da hinstelle. Weil dann ist er vorne nicht geschützt. Wenn ich ihn hier hinstelle, weiß ich nicht, wie viel er sieht. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Ich stelle ihn jetzt erstmal da oben hin. Gut, hat nichts getriggert. Das ist schon mal gut. Hm, sie kann sich... Ist das nur sie? Ja. Johanna kann sich nicht besser... ...platzieren. Und unsere... Gut. Nee, der kann sich auch nicht besser platzieren. Mit Solka will ich nicht angreifen. Lass ich das erstmal so. Und wie wir den ersten Angriff starten werden, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.